Du hast einfach nie gewusst, was los ist, oder? Wenn man mal angerufen hat und sie das Telefon nicht abgenommen hat, hast du überlegt, ja, liegt sie jetzt in der Wohnung? Geht es ihr gut? Ist sie auf Besuch bei jemandem? Oder liegt sie in der Wohnung? Und das hat sie ja mehr als einmal gegeben, dass sie einfach in der Wohnung gelegen ist. Und jetzt weiss ich, sie hat jederzeit den Knopf noch drücken und es wird für sie geschaut. Und in diesem Sinne auch für uns alle. ... ... ... Vielen Dank.